So, da wären wir auch schon wieder zu Dungeon of the Endless. Nachdem das letztes Mal ja doch ziemlich gut lief, jedenfalls für meine Verhältnisse, wenn man die ersten Leben so betrachtet, die ihr nicht sehen konntet, die halt auf Kamera waren, wollte ich es einfach nochmal probieren. Zumal ich jetzt doch noch ein, zwei recht wichtige Tipps bekommen habe, die das Ganze ein wenig einfacher gestalten könnten. Also, wir starten ein neues Spiel. Überspringen das coole Intro und gucken dann mal, was für Helden wir haben. Wir haben den Roboter-Helden, den kennen wir schon, den hatten wir beim ersten Leben erst später dazu bekommen. Der konnte Sachen reparieren. Skill can repair Modules, okay. Genau, und dieser Wert hier unten, Wit, also die Intelligenz quasi, gibt an, wie viel Boni man bekommt, wenn man diesen Helden an eine Ressourcen-Station stellt und ihn da lässt. Und wenn ich dann mit einem anderen Helden eine Tür öffne, kriegt ja jede Ressourcen-Station mehr Ressourcen. Und dadurch, dass dann ein Held bei ist, mit einem höheren Wit-Wert, kommen dann noch mehr Ressourcen bei raus. Das habe ich natürlich im ersten Leben vollkommen nicht beachtet und dementsprechend sind wir uns sehr viele Ressourcen durch die Lappen gegangen. Und er hat eine Wit von zwei, also ist er unser Vorläufer, würde ich mal sagen. Du hast keine speziellen Fähigkeiten, du bist einfach nur ein Typ mit einem Schwert. Das ist vollkommen okay, es muss auch Typen mit Schwert angeben. Du läufst jetzt bitte mal vor. So, aggressive Kreaturen gefunden, das ist okay. Okay, da bauen wir sofort gleich eine Ressourcen-Note hin. Und zwar für Dingens, für Industry. Also erstmal mit der Maustaste zum aktivieren. Da, mehr Industrie. Flop. Du da drauf. Du hast einen höheren Wit-Wert, also es ist über dir dieses Zahnrad-Symbol. Nächster sehr wichtiger Punkt, dass Gegner nur in Räumen spawnen können, die wir geöffnet haben. Das heißt, jeder Raum muss seine Sackgaste so lange bis für eine Tür aufmachen. Dementsprechend kann man seine Verteidigung auch besser planen, wesentlich besser planen. Haben wir auch nicht gemacht. Also gucken wir mal, wie das denn läuft. Was können wir noch machen? Ne, noch irgendwas hier bauen, macht nicht wirklich Sinn. Also nächste Tür auf. Einen Gegenstand gefunden. Komm schon, ein Schwert. Komm schon, ein Schwert. Eine Garde-Uniform. Ups. Da, Garde-Uniform. Kannst du anziehen, macht. Speed minus 1, dafür mehr HP und Defense. Boah, Speed ist nicht ganz so wichtig. Das ist ein Tank. Das passt schon. So, wir haben genug Essen für ein Level-Up. Das machen wir auch gleich. Mir ist aufgefallen, er hat kein WID bekommen. Ist das jetzt, weil er eine Kampfklasse ist? Oder kriegen die allgemein nicht WID mehr dazu? Weil sonst könnte ich überlegen, den Androiden hier auch zu leveln, damit er mehr WID bekommt. Ah ne, hier sieht man, was er bekommt. Attack-Power, Defense und TP. Okay, ne. Also so passiven Helden, die eigentlich nur dazu da sind, mehr Ressourcen zu generieren, die müssen wir nicht leveln. Schon mal eine sehr gute Information. Wollen wir jetzt hier nochmal so ein Ding bauen, auch wenn wir da keinen Schutz haben? Ah, also ich wollte diesmal etwas risikofreudiger vorgehen, damit wir mehr Ressourcen später überhaben. Das heißt, wir sollten möglichst schnell die Ressourcen produzierenden Dinger bauen. Wir sollten möglichst wenig Türme bauen. Natürlich immer noch genug, um zu überleben. Weil wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Räumen. Das heißt, wenn es später keine Räume mehr gibt und wir dann Ressourcen generierende Dinger bauen, dann rentiert die sich gar nicht. Also hin da. Und ich halte schon mal einen Finger auf den Turm bauen. Öffne die Tür. Eine neue Blaupause für einen komischen Turm. Tesla-Modul. Oh, das war der starke Turm, ne? Das... Ne, Medium Damage. Okay. Mehr Platz haben wir nicht. Wir bräuchten echt noch einen dritten Helden jetzt. Wegen mehr Ressourcengenerierung, aber können wir uns ja nicht aussuchen. Ist ja alles random und so, ne? Aggressive Kreaturen und Dust und eine Welle kommt. Okay. Jetzt sollten wir vielleicht doch mal Turm bauen. Vielleicht noch einen Turm bauen. Und dich vielleicht mal zurückschicken. Dich helfen schicken. Nein, 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 nein. Nicht da oben das kaputt machen. Nicht da oben das kaputt machen. Das war ein bisschen zu knapp schon. Okay. Du wieder dahin, du... Kannst du ruhig hier bleiben. Hier kannst du gleichzeitig reparieren und das Ding der Meeressourcen rauskitzeln. Und überhaupt. Und bist sicherer. Was hatten wir jetzt hier? Gar nix. Gar nix ist nicht schön. Ja, wir hätten jetzt genug Industrie, um noch so ein Ding zu bauen. Aber wir haben keine Fläche, um das zu bauen. Das ist ärgerlich. Na gut, hilft nix. Tür offen. Wieder nix zum bauen. Das ist doch doof. Das sind die Kreaturen. Die sollten wir runterlocken. Lauf, 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 lauf. Regenerierst du jetzt? Nein. Weil die Runde in Anführungszeichen noch nicht rum ist. Hauptgebot. 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 Und sobald alle Gegner tot sind, dann fängt der erst an zu regenerieren. Genau. Ist hier eigentlich rundenbasierend. Es hat nur zwischendurch diese Echtzeit wirkenden Elemente. Also wo die Kreaturen sich bewegen. Ne komm, ich will zurück. Ich hätte jetzt nämlich gerne einen Raum, wo ich noch eine Station bauen kann. Sonst bringen die ganzen Ressourcenpunkte mir nichts. Nein, schon wieder nicht. Oh, sechsmal Essen. Ja, das ist schön. Können wir für dich wieder ein Level abholen, richtig? 29 erst. Und endlich wieder ein neuer Platz. Mit einer neuen Blaupause für... Claymore Mine. Das geht ja noch gar nicht. Fügt sehr hohen Schaden bei Kreaturen an in diesem Raum. Ist die danach weg? Das wäre ganz schön teuer. Und was bedeutet das Plus hier? Ach, können wir die Türme upgraden? Will ich jetzt nicht unbedingt klicken, sonst verschwindet da wieder irgendwas. Na gut, wir brauchen jetzt die Ressourcendinger. Äh, äh, wir haben fast keine Essensgenerierung. Wir haben ziemlich viel Industrie. Also sollten wir jetzt vielleicht mal ein Essensding bauen. Achso, muss erst mit Dust. Wir haben nicht genug Dust. Äh. Letztes Mal ging sich das irgendwie schön auf. Aber vielleicht hatten wir dann nur Glück. Da konnten wir fast jeden Raum, den wir gefunden haben, auch gleich erweitern. Und jetzt bräuchten wir sogar zwei. Und das können wir uns absolut nicht leisten. Yikes. Hm. Okay. Neue Blaupause und Welle kommt. Da. Komm schnell runter da. Du musst helfen. Genau, kommt schön einzeln. Bringt das komische Ding da um. Schnell bringt das komische Ding da schnell um, bevor es irgendwas kaputt macht. So, Roboter geh da hin. Du geh da hin. Wir haben zwar Dust bekommen, aber nicht genug, um hier wieder was zu erweitern. Da läuft irgendwas sehr, sehr doof bei dem Random Generator. Na gut, nächste Runde haben wir genug Essen für sein Level Up. Was haben wir hier? Wieder einen Raum, den wir nicht benutzen können. Äh, 30 Essen. Ignorieren. Das ist jetzt nicht gut. Den müssen wir jetzt nicht verteidigen. Weil die Gegner ihn angreifen werden. Und das dauert ewig, bis wir 30 Essen zusammen haben, da wir keine Dinge bauen können. Also wir haben jetzt einen Raum, den wir aktivieren können. Ja, da oben können wir nicht hin. Ja, ne, geht nur der Raum hier. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Also wir könnten jetzt die 20 Essen benutzen, um ihn abzugraden, damit er stärker ist. Denn dauert das dann bei ihm noch viel, viel länger. Hilft nix. Wir müssen, brauchen wir Dust. Mehr Dust. Und aggressive Kreaturen. Und bestimmt kommt gleich auch noch irgendwo eine Welle, oder? Da sind ganz schön starke aggressive Kreaturen. Nein, 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 nein. Nicht zu ihm gehen. Okay, komm. Er ist ganz schön stark. Wow. Ich hoffe, er ist stark genug, den zu töten. Hi, hi, hi. Komm, schnell, 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 schnell. Du bist gut. Du bist echt gut. Und wir haben jetzt genug Dust, um den Raum zu aktivieren. Schicken den Roboter dahin. Und aktivieren hier so ein Essensproduktionsding. Wir haben 97 Industrie. Na komm. Eins, zwei kleine Türme werden uns da nicht schaden. Auf ihn muss ich aber aufpassen. So, zehn Essen. Das heißt, nächste Runde, wenn nichts schief läuft, was ich hier recht schnell passieren kann, könnten wir ihn rekrutieren. Und dann könnten wir ihn benutzen, um sich da hinzustellen, um da wieder mehr Ressourcen zu generieren. Also, drück die Daumen, dass die Tür nichts ganz Gutes bringt. Wir haben den Ausgang gefunden. Der Ausgang ist nicht böse. Oh, Moment mal, wir haben eventuell fast keine Räume mehr. Nee. Na gut, dich rekrutieren wir jetzt. Du stellst dich da unten in den Raum. Du öffnest jetzt die Tür. Aber ich denke nicht, dass wir dadurch Ressourcen bekommen. Obwohl, hier steht geöffnete Türen, elf. Also, kriegen wir doch vielleicht pro Tür unsere Ressourcen? Gucken wir mal. Ja, kriegen wir. Sehr gut. Das heißt, nur von hier können Gegner kommen. Und wir haben tierisch viele Ressourcen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich denke, wir kommen dieses Mal definitiv weiter als beim letzten Mal. Von Sackgasse. Ja, aggressive Kreaturen und Wellen kommen. So, du geh mal zurück in den Raum. Was, wo kommen Wellen? Da. Da, und du läufst weg. Läufst weiter weg. Nein! Tesla-Turm. Nicht. Gut. Wir haben uns dann gleich wieder verloren. Äh. Ja, das war das Problem mit zu sehr auf Nummer sicher gehen. Einmal war ich wieder im Panikmodus, habe es nicht gesehen, dass er so viel Schaden nimmt. Und wir haben halt hier nicht genug Verteidigungsanlagen aufgebaut. Nächstes Problem, wir müssen den Kristall noch nach oben bringen. Das können sehr haarig werden. Aber jetzt ist es vollkommen egal. Jetzt können die ja alles zukunftslumpf schlagen. Es ist nur wichtig, dass er rauskommt. Und da kommen welche. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Sehr gut. Nächste Welle kommt. Strom wird ausgeschaltet. Du. Geh dir hoch. Du geh weg. Wo bleibt man hier drinnen, solange wir noch? Äh, 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 äh. Wo ist die Welle? Da ist die Welle. Aber das bringt ja auch jedes Mal das, oder? Nö. Wow, 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 wow. Du weg, 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 weg. Du töte. Äh, du, da hin. Du, Testaturm, da bauen. Heilung, Heilung. Nein, 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 nein. Tod. Es sah so gut aus. Wir hatten so verdammt viele Ressourcen. Dann stirbt der erste Held und dann das da. Äh, ey. Aber na gut. Ich habe gesehen, man kann wesentlich mehr Ressourcen rausholen. Man sollte die vielleicht aber auch gleich wieder investieren, damit es ein bisschen sicherer wird alles. Und dann müssen wir auch noch gucken, wie das genau funktioniert mit den, mit dem Kristall, wenn man den aufhebt. Welche Räume da noch gepowert werden und welche nicht. Das heißt, theoretisch müsste man ja mehrere so eine, Sicherheitspunkte haben, wo mehrere Türme sind. Das heißt, wenn man den Kristall später bewegt, dass man dann bei diesen Sicherheitsposten immer Zwischenstops macht. Denn die Welle bekämpft und zum nächsten Punkt geht. Da die Welle bekämpft und zum nächsten Punkt geht. Und so weiter und so weiter. No. Also nicht ganz so gut wie letztes Mal, was Räume und Level und so angeht. Aber wir hatten wesentlich mehr Ressourcen. Das bringt einem nur nichts, wenn man tot ist. Das hat schon fast was Philosophisches. Ja, aber gut. Das soll es doch erstmal gewesen sein. Vielleicht sehen wir uns demnächst wieder für noch ein Leben. Bye, bye. Bye, bye. Die Vögelformal 1. Vielen Dank.